Wie man den Innenraumfilter wechselt Sie möchten bestimmt nicht, dass Ihr Innenraumfilter so aussieht, oder? Sie hassen es, in Ihrem Auto Staub einzuatmen? Dann sollten Sie Ihren Innenraumfilter regelmäßig wechseln. Leider haben nicht alle Fahrzeuge einen Innenraumfilter. Bei den meisten Fahrzeugen befindet er sich jedoch im Motorraum, auf dem Windlauf unterhalb der Windschutzscheibe oder im Fahrzeuginnenraum. Bei einigen Fahrzeugen besitzt der Innenraumfilter eine Abdeckung, die den Zugang erleichtert. Bei anderen müssen Sie die Verkleidung ein wenig anheben, um an den Filter heranzukommen. In jedem Fall befindet sich der Innenraumfilter in der Nähe der Klimaanlage. Sein Zugang kann sich unter dem Handschuhfach direkt dahinter oder hinter der Seitenverkleidung der Mittelkonsole befinden. Einige Fahrzeughersteller positionieren den Innenraumfilter auf der Fahrerseite in der Nähe der Mittelkonsole. In diesem Fall müssen Sie die Pedalbaugruppe und einen Teil der Kunststoffverkleidung ausbauen, um den Filter herausnehmen zu können. Ob Ihr Fahrzeug einen Innenraumfilter hat oder nicht, hängt von mehreren Faktoren ab, wie der Ausstattung, dem Baujahr und dem Klima, für das es ausgelegt ist. Fahrzeuge der oberen Mittelklasse können mit zwei Filtern ausgestattet sein. Für grobe und feine Partikel. Wenn Sie herausgefunden haben, wo sich der Filter befindet, können Sie anfangen, ihn auszuwechseln. Dazu benötigen Sie die richtigen Werkzeuge. Bei diesem Fahrzeug müssen Sie zuerst die Filterabdeckung abnehmen und dann den eigentlichen Filter herausziehen. Beachten Sie dabei, dass der Innenraumfilter bei dieser Ausführung zwischen der Umluftklappe und dem Gebläse eingebaut ist. Das bedeutet, dass beim Reinigen des Filtersitzes der gesamte Schmutz in die Klimaanlage gelangen könnte. Die Autodoc App. Alle Autoteile zu den niedrigsten Preisen auf Ihrem Handy. Probieren Sie es selbst aus. Achten Sie vor dem Einsetzen des Filters auch auf die Markierungen. Dabei kann es sich um einen Pfeil oder einen Wortlaut handeln, der die Richtung des Ansaugluftstroms angibt. In einigen Fällen kann der Pfeil auf den oberen Teil des Filters zeigen. Bei Innenraumfiltern ohne Markierung lässt sich die Richtung des Luftstroms sehr leicht bestimmen. Wenn Sie den Filter entgegen dem Luftstrom einsetzen, kann es sein, dass die Luft aufgrund der Form und der weichen Kanten an dem Bauteil vorbeiströmt. Achten Sie beim Herausnehmen des Filters auf jeden Fall auf seine Position und seine konstruktiven Besonderheiten. Setzen Sie den Filter so vorsichtig wie möglich ein, um ihn nicht zu beschädigen. Andernfalls wird der Luftstrom am Filter vorbeigeleitet. Wenn der Innenraumfilter Ihres Fahrzeugs ein eigenes Gehäuse hat oder sich außerhalb der Klimaanlage befindet, sollten Sie diesen Bereich vor dem Einsetzen reinigen. Da sich der Filter bei diesem Fahrzeug vor der Umluftklappe befindet, können Sie seinen Montagesitz ohne Bedenken reinigen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.